Mamma mia, was ist das? Leonardo da Vinci, nehme ich an. Wer bist du, eine sprechende Baby? Ich bin dein Mörder, du überschätzter Karikaturist! Stewie! Schon mein Samen trug diesen Namen. Den Spruch kennt er nicht. Ich habe eine spezielle Viele-Motoren. Schon bin ich schon mit der Blödem und die Blödem . Die Blödem und die Blödem! Ich bin dein Wunderschön! Ich bin dein Wunderschön! Jene. Mah, weg! Ich liebe dich! Mah, weg! Hey! 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 Du bist gleich wie die Kerzen vom Weihnachtsbaum nach dem 6. Januar! Ausgelöscht! Ja, ich kapier die Metapher, aber Bertram, mit mir wirst du das Universum auslöschen! Was redest du da für ein Scheiß? Hör auf ihn, Bertram, es ist wahr! Brian und ich saßen außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuens fest. Wir kamen nur zurück, weil ich mein altes Rückreisepad überladen habe. Die daraus entstandene Explosion war der Urknall! Wenn du mich tötest, tötest du dich selbst und alles, was je existierte oder existieren wird! Es ist mir wert! Du Narr! Du Narr! Du Narr! Du Narr!